So, einen schönen guten Morgen, wir sind wach, wir frühstücken jetzt noch, die Salami aus den leckeren Lagen, wo wir die gestern gekauft haben. Und dann geht es für uns weiter. Ich habe jetzt gelesen, dass der Schafferau gesperrt ist. So, dann müssen wir mal gucken, wir fahren da sowieso vorbei, sonst geht es direkt weiter auf die nächste Piste, dann kürzen wir eben ab. Um den Tag sind eben dann einen Tag eher unten an der Kiste. Und dann wollen wir schauen, was wir uns sagen. Okay. Einen schönen guten Morgen, haben wir schon gesagt. Ich habe mich ja vorhin schon gemeldet. Also, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Schafferau. Und werden mal schauen, ob da tatsächlich diese Sperrung besteht. Da kommen wir nämlich vorbei, sonst fahren wir zu unserem nächsten Spot und kürzen, wie gesagt, ab. Wir müssen noch ein bisschen was einkaufen irgendwo. Sollen wir mal schauen, wo wir dann am Supermarkt finden. Irgendwas derartiges. Und, ja. Mal sehen, was wir alles noch so entdecken können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So meine Liebe Wir haben gerade die Grenze zu Frankreich überquert und fahren jetzt Richtung M.U. Und hier oben gibt es einen Golfplatz. Ich weiß gar nicht, welche Höhe wir gerade sind, verdammt weit oben, aber es gibt einen Golfplatz. Genau, es gibt einen Golfplatz. Da vorne ist Schnee. Seht ihr das? Genau, wir fahren Richtung M.U. Und dann gucken wir mal, ob wir den nächsten Einstieg in unsere dritte geplante Tabelle sind. Der Col de Montenévre ist ein französischer Pass auf 1854 Metern in den kottischen Alpen. Er verbindet das obere Susa-Tal mit Priencon in der Region Provence Alps Côte d'Azur. Der Pass ist die niedrigste Hauptverbindung über den Alpenhauptkamm zwischen Italien und Frankreich. Schiebeort in Montenévre eignet sich in 1850 Metern Höhe auf einer sonnigen Passhöhe zwischen dem französischen Priencon und dem italienischen Susa aus. Dort hatten 2006 auch die Olympischen Winterspiele statt. Musik Musik so ihr habt sicher gerade gesehen es gibt auch noch solche gebäude hier ist so sieht es nämlich aus irgendwie hier war olympia wer es kennt wahrscheinlich von anderen ländern schade eigentlich was sieht es heruntergekommen aus ich weiß nicht ob auch hier im winter wenn es jemand weiß dann mal in die kommentare ob im winter hier tatsächlich was los ist sonst ist es echt schade was hier passiert hatte alles zu und kaputt oder corona ich weiß es nicht so wir machen jetzt weiter aus montgenevre und oder wie man es auch immer spricht geht es jetzt weiter talwärts das sind ja knapp 1800 meter in der höhe und dann schauen wir mal wo es hin verschlägt so 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 Doch der Blick ist abelberaubend. Oben angekommen geht es durch den 520 Meter langen Tunnel, der die Südrampe mit der Nordrampe verbindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und guckt mal, dieses Wahnsinns-Panorama, oder? Ist das nicht der Hammer? Oh, du schmutzig. Elfriede hat es super gemeistert. So, wir fahren jetzt gleich durch die Tülle und dann suchen wir uns einen Stellplatz. Wir machen jetzt ein paar Fotos hier. Bis später. Na, irgendwie sind wir hier. Bis zum nächsten Mal. 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 So ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.